Mh, mh, mh. Na, Lutz, darf ich reinkommen? Haben Sie sich rausgelassen? Nee, Lutz. Hier ist schon klar. Der, der ganz oben auf der Liste steht, hat sich nie gefragt. Warum haben wir so durchgeflutzt seit einer Grenze? Wir haben nicht gewusst, die ganze Zeit gibt ja auch keinen besseren Weg, seine Leute in den besten Stellung zu bringen. Und ihr habt ihnen dabei geholfen. Nur die große Schnorze von Manfred hat einigen im MFS mit der Zeit nicht mehr gepasst. Wir werden keine weiteren Aktionen mehr dulden, Lutz. Ist dir klar, was wir aus dir gemacht haben? Was hättest denn du hier gemacht? Ihr wartet, bis ich tot im Sack aus der Zelle kam? Mit den beiden zuerst? Grüßt Manfred von mir. Grüßt Manfred von mir. Grüßt Manfred von mir. Grüßt Manfred von mir. Grüßt Manfred von mir.